Die Hand sucht, meine Lieben, zum letzten, zum aller, allerletzten heute Abend. Es war eine grandiose Show. Ich danke, danke, danke euch, dass ihr da wart. Dass ihr so zahlreich da wart, dass ihr uns einen so schönen Abend hier gemacht habt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Also manche zumindest, die sehr lange durchgehalten habt und vielleicht noch länger durchhalten, weil in den Schurz guckt der eh nicht rein. Also bis auf dem Achtung. Aber es gibt auch noch lecker Details. Genau, die ist eigentlich nicht mehr. Stella, die ist wohl, muss den leider weg, die muss noch auflegen. Die gibt die Reiner, macht den Applaus weiter. Die wurde ja eben so ein bisschen abgewürgt. Weil wir sind ja, wir haben jetzt die 4-Uhr-Show angefangen. Ja, also wir haben es versprochen. Fünf Minuten gab es eine 4-Uhr-Show. Wir sind gerade fünf Minuten hier. Also 4-Uhr-Show ist jetzt vorbei. Vielen Dank nochmal an meine Mausis, die heute Abend hier hinter der Bar euch versorgt haben. Vielen Dank an die Grandiose Sally Morell von mir aus nochmal, die euch zwei Shows hier durchgeleitet hat. Und einen großen Dank an meine kleine Kronprinzessin auf die Anwärterin der Kaiserin, Estelle von der Rhön. Und jetzt gibt es... Es gibt jetzt nochmal zum letzten Mal heute Abend die Rauschbitte. Und dazu darf ich meine ganzen Künstlerinnen dabei sein. Frank Fein, Gabi Cooper, Linda Bontenstedt, Kelly Kinky, Meggie Knorr, Laila Elektra, Bixi Maid, Berat Karanek, Emily Collier, Katharine, dabei war natürlich noch Martina, die nicht mehr da ist. Es waren einfach grandios viele Leute, die heute Abend hier waren. Breakout war der Breakout, Stella, Tilli. Es waren ganz viele Leute, die gesagt haben, wir machen da mit, wir treten ohne Gase auf. Es wollte nur nicht mal jemand, oder es kriegt auch keiner. Es war nicht mal... Es kriegt auch keiner, es kriegt auch keiner. Es kriegt auch keiner. Es kriegt auch keiner. 25, Kathrinchen und Schuss, Schumann, noch mit dabei. Piechse mit der Blumen noch. 25, Tranzen, die Paul gezeigt haben. Margarete von Grundsucker noch mit dabei. Timo an der Kasse. Die 25 Tanten, die heute Abend tanzen, Power, ihr seid da, Madame. Vielen Dank nochmal an euch alle. Und ich muss das nie, nie wieder machen, weil es war so schön. Das kann man nur einmal ausmachen. Und jetzt immer noch die letzte Strophe. Rauschgold. Bei Curry 36 gibt es Currywurst und Flitten. Im Rauschgold gibt es eine Tresen-Show mit vielen falschen Titten. Schau mal vorbei, wir sind alle für dich da. Ihr dürft so Dinge erleben, die sind gar nicht weiter. Rauschgold, trinken wir mit dir. Rauschgold, mindestens bis zum Bier. Rauschgold, und mach den Schnäpse zu. Vielen, vielen Dank. Und nochmals, nochmals zu sagen. Wir, das Rauschgold, wir bleiben am Damm. Also, falls ihr euren Abend demnächst wieder mal im Rauschgold anfangen wollt und dann vielleicht nach Neukölln fahren oder auch nicht, bleibt einfach am Damm. Wir bleiben bis 2021. Habt ihr uns hier am Jungen Damm. Vielen Dank, und jetzt geht's nochmal Gitti Reinhardt. Gitti Reinhardt mit lecker, lecker Musiker. Und reiert noch schön, bei den Schluck kommt er in die Schreie. Ihr seid der Hammer!